Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von die Wochensynthese, Themen und Perspektiven. Heute wollen wir uns einem der bedeutendsten, wenn nicht sogar dem bedeutendsten Ereignis des 6. Jahrhunderts überhaupt widmen und das nicht nur für die christliche Welt und die Kirche, sondern für die gesamte westliche Zivilisation und darüber hinaus. Der Reformation heute in der Rubrik aus Versehen übersehen. Die Reformation im 16. Jahrhundert war eine religiöse Bewegung, die zu einer tiefgreifenden Veränderung des Christentums in Europa führte. Sie begann mit Kritik an der katholischen Kirche und mündete in der Entstehung des Protestantismus. Martin Luther, ein deutscher Mönch und Theologieprofessor, veröffentlichte am 31. Oktober 1517, also vor 507 Jahren, seine 95 Thesen in Wittenberg. In diesen Thesen kritisierte er vor allem den Ablasshandel, also die Praxis der Kirche gegen Geld, die Sündenstrafen zu erlassen. Luther betonte, dass die Vergebung allein durch den Glauben und Gottes Gnade zu erlangen sei und nicht durch den Kauf von Ablässen. Der Thesenanschlag gilt als der Beginn der Reformation. Luther stellte grundlegende Überzeugungen der katholischen Kirche in Frage. Zu seinen Hauptlehren gehören sola fide, also allein durch den Glauben. Die Erlösung kommt durch den Glauben an Christus, also nicht durch gute Werke oder den Kauf von Ablässen. Sola scriptura, allein die Schrift, ein zweiter Grundsatz. Die Bibel ist die einzige Quelle göttlicher Offenbarung und Autorität im christlichen Glauben, nicht die Tradition der Kirche oder päpstlicher Erlasse. Priestentum alle Gläubigen. Jede Gläubige hat direkten Zugang zu Gott und braucht keine Vermittlung durch Priester. Die katholische Kirche reagierte zunächst mit scharfer Ablehnung auf Luthers Lehren. 1521 wurde Luther auf dem Reichstag zu Worms vor den Kaiser und die Reichstände geladen und aufgefordert, seine Schriften zu widerrufen. Luther weigerte sich mit den Worten, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Daraufhin wurde er exkommuniziert und für vogelfrei erklärt. Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, gewährte ihm jedoch Schutz. Dank der Erfindung des Buchdrucks konnten Luthers Schriften schnell verbreitet werden. Viele Menschen, insbesondere in Deutschland, aber auch in anderen Teilen Europas, begannen, seine Ideen zu unterstützen. Besonders Fürsten und Städte im Römischen Reich sahen in der Reformation eine Möglichkeit, sich von der Macht der katholischen Kirche zu lösen. Neben Luther traten auch andere Reformatoren auf, die ähnliche, aber teilweise auch unterschiedliche theologische Ansichten vertraten. Ulrich Zwingli in der Schweiz predigte eine ähnliche Reform wie Luther, jedoch mit einer noch stärkeren Betonung von, also der Ablehnung von kirchlichen Traditionen. Johannes Calvin, ebenfalls in der Schweiz, entwickelte eine strenge Auslegung der Bibel und legte großen Wert auf die Lehre der Prädestination, also die Vorbestimmung der Erlösung. Die katholische Kirche reagierte auf die Reformation mit der Gegenreformation. Diese begann mit dem Konzil von Trient 1545 bis 1563, das Reformen innerhalb der katholischen Kirche einleitete, um die Missstände zu beheben, die Luther und andere kritisiert hatten. Gleichzeitig versuchte die Kirche, die Ausbreitung des Protestantismus zu verhindern und verlorene Gebiete zurückzugewinnen. Die Reformation führte zu einer dauerhaften Spaltung der Christenheit in Europa. Neben der katholischen Kirche etablierten sich zahlreiche protestantische Kirchen, darunter die lutherische, reformierte und anglikanische Kirche. Die religiösen Konflikte des 16. Jahrhunderts setzten sich in den folgenden Jahrhunderten fort und mündeten unter anderem in den verheerenden Dreißigjährigen Krieg 1618 bis 1648. Die Reformation markierte einen tiefen Umbruch in der religiösen, politischen und sozialen Landschaft Europas. Sie betonte den persönlichen Glauben, die Bedeutung der Bibel und die Notwendigkeit von Reformen in der Kirche. Gleichzeitig ebnete sie den Weg für mehr religiöse Vielfalt, aber auch für jahrhunderte religiöse Konflikte. Im Zusammenhang mit der Reformation des 16. Jahrhunderts müssen unter anderem zwei wichtige Vorläufe der Reformation benannt werden. Wycliffe und Hus. Der englische Theologe, Philosoph und Bibelübersetzer John Wycliffe und der böhmische Priester, Theologe und Reformator Jan Hus waren bedeutende Vorläufe der Reformation im 14. und 15. Jahrhundert. Beide setzten sich für Reformen innerhalb der Kirche ein, lange bevor die Reformation durch Martin Luther im 16. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreichte. Ihre Ideen beeinflussten die späteren Reformatoren erheblich und trugen zur Entstehung der protestantischen Bewegung bei. John Wycliffe in England und Jan Hus in Tschechien gelten als wichtige Vorläufe der Reformation, dass sie zentrale Themen und Forderungen aufgriffen, die später von den Reformatoren des 16. Jahrhunderts, insbesondere Luther, weiterentwickeln wurden. Sowohl Wycliffe als auch Hus stellten die Autorität des Papstes infrage und betonten die Bedeutung der Bibel als höchste Autorität. Beide traten dafür ein, dass die Bibel in der Volkssprache verfügbar sein sollte, damit alle Gläubigen direkten Zugang zur Schrift haben konnten. Wycliffe und Hus prangerten die Korruption innerhalb der Kirche an, insbesondere den Ablasshandel und forderten eine moralische Erneuerung des Klerus. Luthers Reformen im 16. Jahrhundert bauten auf vielen der Ideen von Wycliffe und Hus auf. Die Reformation wäre ohne die Arbeit und den Einfluss dieser frühen Reformatoren wahrscheinlich anders verlaufen oder hätte möglicherweise später stattgefunden. Die Reformation des 16. Jahrhunderts hatte nicht nur tiefgreifende religiöse und politische Konsequenzen, sondern beeinflusste auch viele andere Bereiche der Gesellschaft nachhaltig. Hier sind die vielleicht wichtigsten 15 Bereiche, die von der Reformation beeinflusst wurden. Bereich Nummer eins, Bildung und Alphabetisierung. Die Reformatoren betonten die Notwendigkeit, dass jede Gläubige die Bibel selbst lesen und verstehen sollte. Dies führte zu einem starken Anstieg des Interesses an Bildung, insbesondere an der Fähigkeit, lesen und schreiben zu können. Martin Luther und Felix Melanchthon setzten sich für die Einrichtung von Schulen für Jungen und Mädchen ein. Melanchthon, bekannt als Lehrer Deutschlands, spielte eine Schlüsselrolle bei der Reform des Bildungssystems und der Gründung protestantischer Universitäten. Die Reformation profitierte von der Erfindung des Buchdrucks und förderte gleichzeitig dessen Verbreitung. Die massenhafte Verbreitung religiöse Schriften, Traktate und insbesondere der Bibel in der Volkssprache trug zur Steigerung der Alphabetisierung bei. Bereich Nummer zwei, Sprache und nationale Identität. Martin Luthers Übersetzung der Bibel ins Deutsche war ein Meilenstein. Sie standardisierte die deutsche Sprache und machte sie für viele Menschen zugänglich. Ähnliche Übersetzungen in anderen Ländern förderten die Entwicklung und Festigung nationaler Sprache und Identitäten, zum Beispiel in England durch William Tyndale in Frankreich und Skandinavien. Bereich Nummer drei, Kultur und Kunst. Die Reformation führte eine Verschiebung der Themen in der Kunst. Protestantische Regionen reduzierten die Verwendung religiöse Bilder in Kirchen, was zu einer Zunahme von weltlichen Themen in der Kunst führte. Luther schätzte die Musik hoch und förderte den Gemeindegesang. Dies führte zur Entwicklung des Chorals und beeinflusste die Kirchenmusik nachhaltig. Die Betonung der individuellen Bibellektüre förderte die Produktion von religiösen Texten, aber auch von literarischen Werken, die sich mit moralischen und ethischen Fragen auseinandersetzten. Bereich Nummer vier, soziale Strukturen und Familienleben. Die Reformation führte zu einer neuen Sicht auf die Ehe als heilige Institution, die auch für den Klerus offen ist. Luther selbst heiratete die ehemalige Nonne Katharina von Bora, was ein Zeichen für diese Veränderung war. Obwohl die Reformation keine umfassende Verbesserung der Stellung der Frau brachte, förderte sie die Bildung von Mädchen und ihnen, um ihnen das Lesen der Bibel zu ermöglichen. Frauen spielten oft eine aktive Rolle in den protestantischen Gemeinden. Protestanten förderten auch die Einrichtung von Armenhäusern, Waisenhäusern und anderen sozialen Einrichtungen, um Bedürftigen zu helfen. Bereich Nummer fünf, Wirtschaft und Arbeitsmoral. Der deutsche Soziologe Max Weber argumentierte in seinen berühmten Thesen, dass die protestantische Ethik, insbesondere die kalvinistische Lehre von der Prädestination und der Wertschätzung harte Arbeit und Sparsamkeit, den Aufstieg des Kapitalismus und des Wohlstands förderte. Die Reformatoren betonten die Idee der Berufung, dass jede legitime Arbeit gottgefällig ist. Dies verlieh der täglichen Arbeit eine neue Würde und Bedeutung. Wissenschaft und Rationalität, ein sechster Bereich. Die Betonung der persönlichen Bibellektüre und der individuellen Beziehung zu Gott förderte das kritische Denken und die Hinterfragung von Autoritäten, was den Weg für wissenschaftliche Fortschritte ebnete. Die Gründung protestantischer Universitäten und Schulen förderte die wissenschaftliche Ausbildung und Forschung. Bereich Nummer sieben, Recht und Gesetzgebung. Die Reformation trug zur Trennung vom kirchlichen und weltlichen Recht bei. In protestantischen Gebieten wurde das Rechtsystem stärker von Staat kontrolliert als von der Kirche. Es wurden Gesetze erlassen, die moralisches Verhalten fördern sollten, zum Beispiel gegen Trunkenheit, Glücksspiel und Unsittlichkeit. Bereich Nummer acht, Entstehung der Menschenrechte und des modernen Staatswesens. Die blutigen Konflikte zwischen Protestanten und Katholikern, die über Europa hinwegzogen, führten langfristig zur Entwicklung von Ideen über Religionsfreiheit und Gewissensfreiheit. Im Zuge des westfälischen Friedens 1648 wurden erste Grundsteine für die Anerkennung religiöser Pluralität gelegt. Die Ideen der Reformation, insbesondere die kalvinistische Vorstellung von der Verantwortung des Staates, beeinflussten die Entwicklung moderner demokratischer Prinzipien. Reformatoren wie John Calvin und später kalvinistische Theologen entwickelten Konzepte von Regierungsverantwortung und der Möglichkeit, sich gegen tyrannische Herrscher zu wehren, die später in den politischen Theorien und der Entwicklung des modernen Rechtsstaates eine Rolle spielten. Bereich Nummer neun, Kommunikation und Medien. Die Reformatoren nutzten die neuen Medien der Zeit, insbesondere den Buchdruck, um ihre Ideen zu verbreiten. Flugschriften, Pamphlete und übersetzte Bibeln erreichten ein breites Publikum. Die Reformation förderte die Kultur der Diskussion und des Meinungsaustauschs sowohl mündlich auch schriftlich. Bereich Nummer zehn, Philosophie und Denken. Die Reformation stand in der Wechselwirkung mit dem Humanismus. Beide Bewegungen förderten das Studium der Originaltexte, das sogenannte Ad Fontes-Prinzip, und stellten traditionelle Autoritäten infrage. Die Betonung des individuellen Gewissens und der persönlichen Verantwortung vor Gott förderte ein neues Verständnis von Individualität und Selbstbestimmung. Bereich Nummer elf, Mission und Globalisierung. Mit der europäischen Expansion brachten protestantische Missionare ihren Glauben in andere Teilen der Welt, was zur Globalisierung des Christentums beitrug. Die Missionstätigkeit führte zu verstärkten Kontakten mit anderen Kulturen und Religionen, was langfristig zu kulturellem Austausch und neuen Herausforderungen führte. Bereich Nummer zwölf, Stadtentwicklung und Urbanisierung. Viele Städte wurden zu Zentren der Reformation. Die städtische Bevölkerung war oft gebildeter und empfänglicher für die neuen Ideen. Die Reformatoren förderten den Bau von Schulen, Krankenhäusern und anderen Einrichtungen in Städten, was zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen beitrug. Bereich Nummer 13, Einfluss auf andere Religionen und Konfessionen. Die Reformation provozierte eine Reaktion der katholischen Kirche, die gegen die Reformation, die zu eigenen Reformen innerhalb der katholischen Kirchen führte, zum Beispiel durch das Konzil von Trient. Langfristig führte die religiöse Vielfalt zu Debatten über Toleranz, über Religionsfreiheit, was die Grundlage für moderne pluralistische Gesellschaften legte. Bereich Nummer 14, soziale Bewegungen und Revolutionen. Die Reformation inspirierte andere Gruppen und Bewegungen, die nach sozialer Gerechtigkeit und Reformen strebten, wie die Täufer und später die Puritaner. Die Betonung der Gleichheit aller Gläubiger vor Gott beeinflusste später politische Ideen von Gleichheit und demokratischer Teilhabe. Und schließlich Bereich Nummer 15, Grundlegendes Vorbild für das Aufstehen gegen stark regulierende und repressive Systeme. Die Reformation kann durchaus als ein grundlegendes Vorbild für das Aufstehen gegen stark regulierende und repressive Systeme interpretiert werden, die die Freiheit des Einzelnen einschränken. Dies zeigt sich insbesondere in den Kerngedanken der Reformation und den Folgen, die sie für die religiöse, politische und soziale Freiheit hatte. Die Reformation war ein Aufstand gegen dieses Machtmonopol und förderte die Idee, dass geistliche und weltliche Macht nicht in denselben Händen liegen sollte. Dieser Gedanke der Trennung von religiöser und weltlicher Macht war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu späteren Konzepten der Säkularisierung und zur Entwicklung von demokratischen Systeme. Die Reformation war eine umfassende Bewegung, die weit über religiöse Reformen hinaus ging. Sie beeinflusste Bildung, Kultur, Wirtschaft, soziale Strukturen und vieles mehr. Die Betonung von Individualität, Bildung und persönlicher Verantwortung trug zur Entstehung der modernen westlichen Gesellschaft bei. Die Reformation legte den Grundstein für viele Entwicklungen, die unsere heutige Welt prägen. Unabhängig davon, ob wir gläubig oder atheistisch sind, ob wir Protestanten, Katholiken oder Angehörige anderer Religionen sind, hat die Reformation des 16. Jahrhunderts einen tiefgreifenden und bleibenden Einfluss auf die Gesellschaft unseres modernen Lebens. Die Werte der individuellen Freiheit, der Selbstbestimmung, der Bildung, der Arbeitsethik, der Toleranz und der Trennung von Kirche und Stadt sind zentrale Elemente, die unser Leben heute prägen. Und auch all diese Errungenschaften haben ihre Wurzeln in der Reformation. Ob wir unseren Glauben leben oder bewusst nicht religiös sind, die Grundlagen, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist, sind tief in den Ideen und Errungenschaften der Reformation verwurzelt. Wie konnte es aber überhaupt dazu kommen, dass ein religiöses System wie die christliche, katholische Kirche christliche Gläubige verfolgt und sogar umbringt, wenn der höchste Wert im christlichen Glauben überhaupt die individuelle Freiheit ist? So zentral, dass Gott selbst die individuelle Freiheit nicht abschafft, obwohl seine Geschöpfe sich gegen ihn wenden und obwohl er wusste, wie viel Leid das über Jahrtausende bringen würde. Wie lässt sich sowas Unverständliches verständlich erklären? Die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die christliche Kirche, die auf den Lehren Jesu Christi gegründet und den Wert der individuellen Freiheit hochhält, zur Zeit der Inquisition und Reformation Christen verfolgte und sogar tötete, ist eine tiefgründige und schwierige. Sie zahlt die Spannung zwischen den idealen Glaubensüberzeugungen und der Realität von Macht und Institutionen. Die Verfolgung von Gläubigen durch die katholische Kirche in bestimmten historischen Phasen lässt sich durch eine Mischung aus Machtstreben, Missbrauch religiöser Autorität, Angst vor Glaubensüberzeugungen und falschen theologischen Rechtfertigungen erklären. Die Spannung zwischen den ursprünglichen Idealen des Christentums, die die individuelle Freiheit betonen, und dem menschlichen Drang nach Kontrolle führte dazu, dass die Kirche im laufenden Jahrhunderten immer wieder von diesen Idealen abwich. Diese historischen Verrierungen zeigen, wie schwierig es sein kann, die christlichen Prinzipien der Liebe, Vergebung und Freiheit in einer institutionellen Machtstruktur aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig ist die Reformation ein Beispiel dafür, wie die individuelle Freiheit und die Verantwortung vor Gott wieder ins Zentrum des Glaubens gerückt werden können, wenn Missstände erkannt und korrigiert werden. Um zu verhindern, dass sich Fehler der Vergangenheit wiederholen, muss die Kirche ihre Verantwortung als moralische und geistliche Institution in den Mittelpunkt stellen, anstatt ihre Macht zu schützen oder auszubauen. Die Werte der Liebe, Demut, Vergebung und Freiheit, die den Kern des christlichen Glaubens bilden, müssen immer wieder betont und praktisch gelebt werden. Die Kirche muss transparent, selbstkritisch und offen bleiben, um die individuelle Freiheit zu verteidigen und eine Kultur des Dialogs, der Toleranz und der Menschlichkeit zu fördern. Nur so kann sie ihrer Berufung gerecht werden und verhindern, dass sie zu einer repressiven Macht wird, die sie selbst überwinden wollte. Reformationen sind ein natürlicher Prozess in religiösen und ideologischen Denksystemen, um sich an veränderte historische, soziale, moralische und intellektuelle Kontexte anzupassen. Sie sind notwendig, um das System lebendig und relevant zu halten, Missstände zu beheben und eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Ideale zu ermöglichen. Ohne regelmäßige Reformationen laufen solche Systeme Gefahr an Relevanz zu verlieren, zu stagnieren oder von ihren Anhängern und Gläubigen aufgegeben zu werden. Reformation bedeutet auch Rückkehr zur Essenz. Reformen beinhalten nicht nur Neuerungen, sondern bedeuten auch eine Besinnung auf die wesentlichen Grundlagen oder Kernwerte. Im Kontext der Reformation im religiösen oder gesellschaftlichen Sinne kann das eine Aufforderung sein, zu den ursprünglichen Prinzipien oder Lehren zurückzukehren, um eine klare, authentische und nachhaltige Veränderung zu bewirken. Religiöse und ideologische Denksysteme brauchen regelmäßig Reformationen aus mehreren Gründen. Diese Reformationen oder Reformbewegungen sind oft das Ergebnis eines Spannungsverhältnisses zwischen den ursprünglichen Idealen und der tatsächlichen Praxis oder den veränderten Bedingungen der Zeit. Aber nicht nur religiöse oder ideologische Denksysteme benötigen regelmäßige Reformationen. Auch wir als Individuen brauchen eine Kultur der ständigen Autopoiese, eine kontinuierliche Erneuerung, Neugestaltung und Hinterfragung unserer Positionen und Werte. Würden wir als einzelne Individuen eine solche Kultur der Selbstreflexion, Hinterfragung und Neuausrichtung pflegen, könnten umfassende Revolutionen oder Reformationen komplexere Systeme wie religiöse, soziale oder politische Natur deutlich reduziert oder im besten Fall überflüssig werden. Das war die Wochensynthese. Auch für diese Woche vielen Dank, dass Sie auch heute dabei waren. Sie können diese und weitere Sendungen in der Mediathek auf hooptv.de anschauen oder unseren HoopTV-Deutsch-YouTube-Kanal abonnieren. Sie können uns auch gerne schreiben, wenn Sie möchten, wochensynthese at hooptv.de. Bis in einer Woche. Machen Sie es gut, bleiben Sie wie immer hoffnungsvoll und gesegnet.